So, grüß euch, ich bin der Armin Assinger und da im Skigebiet Großalltal jetzt natürlich ein tolles Familienangebot, davon gehe ich aus. Was gibt es jetzt Spezielles für Kinder, Gesine? Ja sicher Armin, das Kinderreal, das liegt genau gerade vor uns. Ok, dann liegt es wie eine da, oder? Ja, da werden wir jetzt gleich reinflitzen. Ok, flitzen wir und die Anna, nimm mal mit, komm Anna. Nein, da möchte Anna mal ein Kind sein, Anna, komm, Ende da, juhu, super. Und jetzt sind wir schon drin im Kinderareal, links ist der Tunnel, nein da bin ich nicht zu groß, da komme ich nicht durch, nein da haue ich meinen Kopf und da kann ich nicht reinfahren, nein, ich verliere aber da rechts vorbei. Gut, über die Wellenbahn kommen drüber. Zuerst bin ich neu, ob mir die Christine überhaupt nachkommt. So, jetzt haben wir noch da, was haben wir da? Die Steilkurven, die sind natürlich auch sehr lässig. Gut, das ist ja wie bei einem Skier groß. Na ja, da lernen die Kinder Skifahren, das ist eine Geschichte. Meinst du, die das gerne gehabt als Kind? Für die nächste Altersstufe nach der Anna wird doch auch was geboten. Ein Funpark zum Üben, genau das Richtige für mich. Anna, fährst du rechts vorbei und wir hupfen gleich rüber und dann fahren wir noch in den Zauberwald. Das ist aber so hoch! Nach dem kleinen Abstecher in den Junior Freeride Park, dort lernt wir es, fahren wir jetzt weiter runter Richtung Mittelstation und durch den Zauberwald. Ich bin neu, wie es da der Anna gefällt. Jetzt sind wir bei der Kreuzkogelbahn Teilstation, wo wir ein Rechtsschwenk um 180 Grad und dann pfeifen wir da rein in den Zauberwald und dann geht es wunderbar durch den Wald da raus und auf das freue ich mich. Das ist richtig lässig. Da gibt es immer kleine Abstecher auf den Rand drauf. Ein bisschen eine kleine Wellenbahn ist dabei, gerade gerecht für die Kids. So, da nehme ich jetzt einen Schwung und da zack, zupfe jetzt einen rauf. Ich bin neu, ob sie mich sehen. Jetzt stehe da oben mit der Wiennetou und schau in die Landschaft raus. Herrlich. So, jetzt muss ich da runterhupfen. Hup, da habe ich nicht hergepratscht, wie ich bin. Nein, ist schon passiert. Wenn man alt wird, wird man gepatscht, das ist ja so. Und geht schon wieder weiter, Armin. Lass dir nichts anmerken. Lass dir nichts anmerken. Fahr einfach normal weiter. Die Anna schaut jetzt ganz genau. Fahr einfach normal weiter. Hoppa. Jetzt geht es da hin. Wer hilft mir? Du hilft mir. Danke. Das ist sehr, sehr lieb. Wie mache ich das richtig? Gut, zurück. Schauen. Gut. Auf, es ist gut. Danke. Spitze. Spügel schließen. Und dahin geht's. Bitte. Bis zum nächsten Mal.